Es ist der wichtigsten Höhebunde und Ansicht in unserem Bunker. Links ziet u het scheephaarthuis, gebouwd in zes grote angstrandse redigrijen als land kan bouwen. Hier sind Antoni Schalz, früher war es eine der Amsterdamer Seeschlosser. Hier sind Antoni Schalz, früher war es eine der Amsterdamer Seeschlosser. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020